Gunling hat seinen Leutnern Blutrippe zur Unterstützung mitgebracht. Dieser rasselnde Schrecken ist viel gefährlicher als jede andere Geisel und Monstruosität, die euch erwartet auf dem Schlachtfeld. Blutrippe befindet sich im alten Rathaus in der Nähe der Stadtmitte. Ich empfehle um sich, bevor ihr mit ihm kämpft, mein Freund. Es ist kein leichter Gegner. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun. Wir tun, was wir tun. Ich erwarte eure Befehle. Ausgezeichnete Arbeit, mein Freund. Die schwarze Klinge wird siegen.